So ihr Lieben, heute nur kurz die Erinnerung, falls du am vergangenen Freitag die Sendung nicht gesehen hast, ich habe Herbstferien und deshalb werde ich heute, wie auch Mittwoch und Freitag kein Pastor at Home senden, kannst dir gerne alte Folgen anschauen und wir sehen uns wieder am 18., also die zweite Herbstferienwoche, da werde ich wieder auf Sendung sein, vorausgesetzt ich bin gesund und munter. Wenn du auch gerade in den Ferien bist, wünsche ich dir einfach eine tolle Zeit, dass du diese Zeit genießt, wenn du arbeiten musst, dass du auch eine gute Zeit hast und ich freue mich, wenn wir uns am 18. Oktober dann wiedersehen zu einer neuen Folge, wie wir im Leben herrschen können. Gottes Segen dir! Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!